Hallo und herzlich willkommen, ich grüße euch alle ganz herzlich, ich heiße Daniel und heute möchte ich hier Trend Simulator 2 spielen, viel Spaß bei Zuschauern. Ich werde heute hier in zwei verschiedenen Sprachen sprechen, Deutsch, Rumänisch. Bune, salutare, salut, mein Name ist Daniel und heute ist der Jog Trend Simulator 2. Wir werden auch gleich starten. Ich habe hier einen kleinen Text. 14.43 Uhr, S4, Grafrath, fahren Sie diese S4 Richtung Westen bis München Passing. DBBR 423, München Hacker Blöcke, München bis München Passing. Start. Und ich möchte diesen Text auch übersetzen. După cum ați înțeles, este vorba despre un tren, informație S4 Graft, ora 14.43 de minute, mergeți cu acest S4 în direcția West-Müchen, Passing, DBR 423, la Müchen, Hackerbrücke, până la Müchen, Passing. Wir werden jetzt starten. Mal die Türen öffnen. So, jetzt habe ich hier meine Privatsphäre, jetzt kann ich mich konzentrieren, hier kann ich in Ruhe arbeiten. So, jetzt habe ich hier die Türen. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden wir Müchen, Donals, Bergsbrücke, Pânsteig 1, 14.45 Minuten erreichen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Fahr. Schle Petraire Türen Als itam vor, da bei der Willekeufe, af Ondadew, ca myndaie Pânaste, sté, nâchiză,VOc, caiu sdnă insgesamt. Sau da alt sehr duch, dar ce de e la Vărata quam gândiă, cu un salturi în descriu. Vielen Dank für's Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020